tja hallo und herzlich willkommen zurück zu mario party 1 nach langer zeit ja kann ich euch wieder zu diesem wunderbaren spiel begrüßen ja warum kam so lange nichts mehr aus dem einfachen grund war irgendwie weiß ich alles nicht mehr so reagiert hat wie ich das möchte und jetzt habe ich eh gamepad was funktioniert was mit was ich spielen kann und dann habe ich hier die saves hier verloren was ich hatte und ja also volle möhre alles wir wollen das anteil beginnen was hatten wir ja schon ich würde sagen wir machen die erste welt nicht normal ich würde sagen wir machen einfach mal die welt zwei ja und vielleicht man kann alleine ich bin geil 2 egal auf jedem fall vielleicht hört man das ja ja ich bin leichter kälte tut mir leid aber ändern kann ich es nicht und ich habe gerade sonderlust endlich wieder aufnehmen nehmen wir mal die die wir vorher nicht hatten wer darf in der ehrenrunde drehen verdammt ach komm nehmen wir einfach dich weil du schon rennen kannst ja so alle auf normal das ist am besten okay die welt hatten wir schon schon sagen wir nehmen peaches geburtstagstorte helft bei der veränderung der christlichen geburtstagstorte schädigkeitsgrad 2 nehmen wir das doch ja wie viele runden wir nehmen wieder die normalen 20 runden so wie man zeit machen kann kommen wir zur letzten frage war die ewigste frage die wurde mit einer epischen antwort beantwortet ja ich erinnere mich an diese map die war eigentlich total geil und er hat auch ein ziemlich geiles element also für meine für meine fall also ich finde das element weiß ja nicht wie ihr das findet ich sagte schon bescheid wenn welches element ich meine sowieso finde ich gut dass bei mario party immer in jeder welt ein anderes element ein anderes element enthalten ist was die welt besonders macht hallo und herzlich willkommen ich bin cooper und werde euch herumführen heute findet eine große party statt dies ist die spitze einer leckeren geburtstagstorte es fehlen aber noch dekorationen also helfen mit den kuchen zu verenden und zu dekorieren vielleicht sollte ihn mit erdbeeren verzieren also dann lasst uns die star drei folgen stimmen ja also ziel ist diesmal die erdbeeren ja ja wie ein letzter kreis ähm donkey kong ich hasse dich nooichi ich hasse dich Mario ich mag dich joshii joshinsky geh auf die plätze fertig suche nach den sternen los ja ja auf jeden fall da oben rechts sehen wir ein gumbo ich will euch sagen wo hier die sterne sind ok da ist ein stern ich habe keine ahnung wie ich wie man hier laufen muss ich habe die welt das spiel seit jahren nicht mehr gespielt also müsst ihr mir verzeihen wenn ich mal hier nicht weiter weiß naja gut was heißt ich weiter weiß wenn ich hier mal einen falschen weg gehe aber wozu gibt es denn schließlich die karte erscheint es als eines passiert kann es passieren ok er er braucht eine 10 genau ja wie nennt man das eigentlich drauf wirft er eine 10 wenn er gegen doch springen nein eigentlich die wesentlich gucken wir mal auf die karte es geht ach so läuft es ok ok ich weiß wie es läuft 6 nein nein ja ok rotes feld nein danke ähm ja alle gegen luigi ist das nicht mal toll kein kürmiskran nein kein kürmiskran ich hasse kürmiskran es ist so scheiße wie brot ja ich hasse brot brot ist geschlossen ich mag es nicht boah äh wie war es hier nochmal gewesen äh luigi brauche ich nicht ja so wiederholt a drücken zappeln ok wir können zappeln dann zappeln wie meine runde ok zappeln ja zappeln 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 ok ein glück mit gamepad kann nicht schief gehen ok drücken 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 nein luigi komm nicht zu mir nein 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 ja ok zum hybrid nimm die schatzkiste und lass mich in die den wir dann speicheroptionen nach jeder runde speichern textoptionen ok lassen wir so gespielt ja das lassen wir so ja das ist hier das element was ich meine ja da konnte ich so eine samen aussuchen die muss man in einpflanzen dann kann man gucken was da passiert und er hat es gibt das sage ich jetzt nicht luigi mein freund okay er kam von grün feld also er hatte bisher ein grünes fett und rotes feld gar nicht passieren passiert überhaupt was ich weiß nicht vielleicht passiert jetzt was nein es passiert nicht passiert überhaupt was und warum ist darum riesen doch gekommen ich habe angst vor ihm geh weg hau den münzblock breit chaos bowling ist eigentlich ziemlich geil eigentlich auch nur waren der werfer obwohl der cooper panzer wird vom spieler mit dem mit dem joyce analog stick genau das habe ich gesucht dieses wort dem analog stick gesteuert die anderen spieler sind kegel und weichen aus luigi bewegen zielen werfen wir können die richtung ändern hier könnt ihr sehen hier wo ich kann mich im kreis drehen ja voll geil und wir können springen wir können voll ewig die richtung weg sein wo auch für geil ich guck dich an dass wir kommen hier sehen ich bin versteckt gehen wir weiter wenn der cooper panzer die bahn verlässt bekommst du einen strom schlag ein strom schlag und das spiel ist vorbei geil okay starten wir aber am besten mal nein warum bin ich da hinten in der ecke nein wir müssen uns aufteilen wir müssen uns aufteilen ja haha kein einzigen getroffen naja doch er eine münze bekommen aber mehr ist das auch nicht okay ich konnte noch rechtzeitig ausweichen das finde ich super und so cooler fühle ich mich oh ja er hat eine die kreis drehen wir müssen uns zu bekommen wie geil okay man kann diesen in diesem mini spiel also nicht so wirklich verlieren oder etwa doch sie schlecht aus ich habe gerade im gefrühstück deswegen muss ich ab und zu mal ein bisschen ausstoßen ich gar nichts dafür es ist meine natur ich verstehe gar nicht was so ein schlechtes ausstoß ich meine es heißt ja nur dass es geschmeckt hat eigentlich nicht aber man sagt es so okay der nächste kunde du bist mehr so ein kunde und derzeit münzen voll voll geil und die in den roten samen was passiert da wurde und er hat geklappt ja du darfst in droht gehen ach so dass euch mal was aufgefahren bowser ist gar nicht auf dieser mit moment mal das muss ich mal das muss ich mal das muss ich mal das muss ich mal kurz okay ich verstehe m anstern genau davor stehen geil okay das heißt wenn man pech hat kann man eine ehrenrunde drehen und marius bitteln ach du scheiße Feuerbrocken bin ich ja mal gefahren auch du scheiße und ich bin der du amal also ich rock das haus was macht donkey da er reitert eine trompete so sieht es jedenfalls aus äh luigi spielt geige der äh ja vario ist glaube ich der ähm wie nimmt man das kind an egal er dirigiert äh dirigent genau er ist der dirigent geil okay ähm sei ein mitglied der big band dirigieren mit dem analog stick man ich vergesse mal wie das heißt und spiele mit a 1 ins welt bleibe dabei im rhythmus bario bewegt sich äh joshi luigi donkey kong drücken a geil du hast zunächst ein beispiel spiele die noten erst wenn ihr ein satz angezeigt wird okay ich versuche es einfach mal hier kann man noch nicht üben das wäre nicht scheiße erst in den späteren version ach so ähm ja die können einbewerben ach ja genau wenn man sich verspielt dann wird man beworfen oder warst du im zweiten teil dritten teil weiss ich nicht okay scheint ja alle zu laufen ich denke ich mal ich sehe gerade nicht ob ich beworfen werde ah verdammt ich glaube ich habe ja ich habe gefällt ich wurde beworfen man ja man total geile band finde ich oh wir wurden mit minzen beworfen ich wurde mit minzen beworfen äh beworfen ja geil ich habe gewonnen ihr seid alle neidig ah 26 minzen das ist doch schon mal was oh ja und da hinten ist sahne warte ich kriege schon wieder hunger nein eigentlich nicht hunger eher appetit auch torte also auf so einer torte will ich auch umlaufen aber ich glaube ich würde da nicht lebend weg kommen weil ich nur mampfen würde und ein paar stoffen sterben würde glaub ich ne keine ahnung turmschläger er spielt alleine toll hm darf er das überhaupt anscheinend nein das darfst du nicht ach so wir können selber ne ok na gut ich lege mal hier mein gamepad ein bisschen weg und guck mal ein bisschen ach so ja da muss man äh hier das ding weg werfen so schnell wie möglich und dann muss man darauf ja ok hat es doch nur so geschafft man ja es tut und die türme fliegen nicht skandalös und das wird einfach nur nebel der da unten ist ok es ging eigentlich ziemlich schnell finde ich jetzt voll korak ähm ja ja nuigi ja so jetzt weiß ich nicht ob er wieder allesamt auf füllt oder ob er jetzt äh ähm mich tut und mit einem züc denn denn zink Ah, das ist doch gut. Okay, Luigi, äh, Luigi, guck mal. Oh! Nein, ich muss den einen benutzen. Und ich muss sein. Das ist, das ist der böse Samen, der bösartige, das ist ein Tumor. Ja, jetzt, nein, ich, ähm, macht, hab das ja mit Absicht sogar so eingefehlt, damit ihr mal seht, was passiert. Ja, aber im Glück hat passiert da ja nichts. Oder muss man automatisch mit Bowser da reden, oder hat man da die, kann man das auswählen? Ich kippe die Geraden, keine Ahnung. Hammer werfen! Was ist das denn? Schwing dein Hammerlo! So, was? Ach, du Heiliger. Fangen wirklich viele der Münzen, die der Hammerbruder herabwirft, aber Vorsicht. Ja, wirft auch mit Hämmern. Okay. Na gut, das haben Hammerbruder so an sich. Äh, ja, bewegen, springen, Stammtattacke. Ach, okay, das war Z. Gut. Cool, ich kann laufen, ich kann gegen dich laufen, aber. Na gut. Okay, ähm, wenn du an der Kante des Turms von einem Hammer getroffen wirst, könntest du da runterfallen. Lieber so, acht. Okay, ich würde sagen, wir machen es einfach. Ich meine, was soll groß passieren? Ey, das ist doch voll Schiller, Mann. Ist das da unten Wasser, oder? Ja, ich habe eine Münze eingesammelt. Der flaggt ein wenig. Lüft ihr überhaupt nochmal mit? Ja. Nein. Ich bekomme irgendwie die ganzen Sachen nicht. Nee. Ach so, da fehlt schon jemand. Aber wirft ihr überhaupt mit Hämmern? 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 Oh Gott, wie viele. Wie wenig Münzen habe ich bekommen? Und warum sind wir nur zu dritt? Warum ist der eine runtergefallen? Warum ist der eine runtergefallen? Warum hat der nicht einmal mit Hämmern geworfen? Ich verstehe das nicht. Okay, wie viele Münzen bekomme ich? Zwei. Egal, das reicht aus. Oh, Telefon. Geil. Okay, warte mal kurz. Einmal kurz. Bis zum nächsten Mal.